...weiter Ernst im Engen gemacht, weil wir gerade in der Nähe sind. Kein Bock. Wie viel Geld hast denn, du Clinch? Oh. Muss ich grad...Punko, bitte. Punko? 5900 nur noch, weil ich repariert... 5...he ich 5900 nur noch? Echt oder nicht? 5...5...900? Wie viel hast du denn? Hä? 27000. Hab ich Geld fallen lassen? Kannst du? Nee, du musst... Ich hab 19000 gerade gehabt. War die Reparatur zu teuer? Du hast doch modifiziert, oder? Nee, repariert bloß. Na, das kann ich... Ich hab 19000 gerade mit dem Rästern-Stick... Ich hab 19000 nur noch mit dem Rästern-Stick... Kein Bock, denn wie kein Rästermas in Rästern-Stick... Ich hab 19000 auch mit Rästern. Ich hab 20000 auch mit Rästern-Stick auf bunları zu verhören. Und ich weiß nicht, dass alles zu machen. Es sei, ich hab 20000 auch mit Rästern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020